Wir haben uns schon 117 Kanäle erstellt. Achja, schlafen wollten wir auch noch. Bei meinem einen Kanal habe ich voll den schwulen Namen. Den hatte ich irgendwie erstellt, als ich elf oder so war. Wie heißt du denn? Das sage ich nicht. Treibs mir. Geiler Name. Treibs mit mir. Ist auch noch ne... Fini-Boy. Was würden wir denn nach drei machen? Ja? Ne, bis 10 vor 4. Oder 5 vor 4. Viertel nach drei, vielleicht gut. Was willst du noch? Halb vier. Ich will noch was für die Schule machen. Was denn? In den Ferien? Ja. In den Ferien? Ja. In den Ferien. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ich hab jetzt Bio. Vielleicht dann nicht auf Bio. So. Also die Karotten, die... Mal heißen mal mein Buch. Auf welcher Seite bist du denn jetzt? Äh, noch nicht so weit. Du kannst drei Stück haben, merkens. Oder ich lese mal gucken. Drei Stück. Drei Stück. Okay. Wer aber nicht mehr in dieser Aufnahme Session. Bisher sind da noch drei Folgen. Muss aber nur vorbeikommen. Drei Folgen? Ja, bis halb. Ein bisschen mehr. Bis halb. Wenn es zehn Minuten Folgen sind, sind sogar vier. Weg da! Spider-Man. Aua! Also das Buch ist gerade, da wo ich gerade bin. Wer ist, lest sie denn? Das Parfum. Das Parfum. Das Parfum. Das Parfum. Ich hab den Film geguckt, der ist geil. Bin noch beim Anfang und der ist ziemlich langweilig. Ne, das Buch und Film sind echt geil. Also ich bin auf Seite... Ne, das Buch und Film sind echt geil. Welche Seite bin ich? Auf Seite 70? Und ja. Ist ganz nett. Hat von mir eigentlich schon jemand eine Wüste gefunden? Ne. Ne. Brauchst du Sand? Ne, wahrscheinlich Kaktus. Kaktus, ne? Für deine grüne Wolle. Oder grüne Fenster. Ne. Bei mir flackert das grad so ein bisschen. Haben wir schon wieder am Koks genascht. Aha. Klar. Immer noch. Oh. Oh. Okay. Jetzt, äh... Das war ein Fehler. Ey. Was willst du da? Nils? Darf ich mit Darth Vader klauen? Nein. Den brauch ich noch. Obwohl. Warte. Hab ich noch irgendwas? Ja, den kannst du dir nehmen. Okay. Oh. Ich hab dir vor die Tür gekackt. Das kann mal passieren. Aber ein bisschen wenig Essen. Ja. Jetzt wollen wir eigentlich jetzt den nächsten Tag. Das machen. Den nächsten Tag. Können wir. Alter. Was sind denn das für Grafik-Bugs. Wieder von dem... Ebola. 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 Bei unserem Powerpoint gibt's sogar noch mehr... Äh, loll. Noch mehr, ähm... Designs. Designs. Eins, eins fand ich richtig geil. Sieht ein bisschen aus wie so eine Malboro-Schachtel. Aber auch... Also... Nur ein bisschen. Ja. Hätten wir bloß, dass ich mal einen Lungenkrebs. Das wär... Der passt mit Malboro. Apropos. Kommt ihr denn, äh, davor nochmal bei mir vorbei? Oder? Davor, wenn du nicht mitkommst? Ja. Vielleicht komm ich ja mit, wenn ich das Geld bekomm. Ja, ich glaub, ich komm nicht vorbei. Ich muss mal gucken. Warum denn nöch? Ich weiß es nur nicht. Ich muss ja schon mit meiner besseren Hälfte abklären. Ne, mal, wie kannst du da ruhig hin, Alex? Ohohohohoho. Der war gut. Wir haben alle gelacht. Ey, kommst du auch heute? Ja. Hey, komm mal wirklich. Das ist voll lustig. Alter, das wär so der Bringer, wenn du kommen würdest. Was soll ich? Ja, mit mir eintrinken. Wurzack von L&M. Ich such ne Wüste. Ja, das geht auch. Ich fasse das gleiche. Ja. In der Tat. Wow. Wirkt ein Baumwald. Wow, sexy. Wurzack von L&M. Wurzack von L&M. Hat jemand nen Eimer finden? Darf ich den Eimer? Äh, nö, den brauch ich. Puh! Hast du kein Eisen, ne? Ah doch, ja stimmt, hab ich auch. Kann ich das selber machen, ne? So, schau dir da aus! Ähm. Ich brauch eine scheiß Wüste. Wo fände ich die denn? Oh, warum ist man denn weg? Ich hab keinen Bock mehr. Ah, lass den Server bitte an, wir spielen weiter. Kann ich mir mal den von dir klauen? Zuckerrohr? Ne. Das war keine Frage, ne? Ja, das war auch keine Aussage. Scheiße, ist das gerade alles abgebaut? Äh. Hast du was in deiner Truhe? Ja. Was? Nehm mir ein bisschen Zuckerrohr? Nehm mir ein bisschen Zuckerrohr, ne? Nein, das ist meins, das brauche ich. Ich hab nur 5. Alter, pack das da wieder rein. In den Senden war so edudistisch. Ich weiß genau, wie viel ich hatte, ne? Wie viel hattest du? Das ist egal. Naja. Mein Fass ist so verrückt. Aber Mom, warum Henkels mal kochen wir das auf? Man spricht hier in vollem Mund. Echt nach, vor allem in der Aufnahme. Nein, über 40. Nein, laber doch kein Bullshit. In der Aufnahme wird auch nicht gegessen und getrunken. Echt mal, und auf Klo gegangen wird auch nicht in der Aufnahme, Nils. Ich hab alles frei gemacht. Hat er halt immer getrunken? Ja, wer wohl? Findet du's raus. Oh, jetzt ist hier wieder keine Wüste, ey. Oh, war das knapp. Ich brauch was zu essen, sonst sterbe ich gleich. Guck mal auf Tab Englischen an. Das sieht irgendwie komisch aus. Ja, was für ein Zombie oder sowas? Alter, was macht Finn denn da? Ich räum mein Schreibtisch grad auf. Minecraft, das geht grad. Bester Zeitpunkt, das zu machen. Ja, ist echt so. Hab ich mir auch gedacht. Was heißt bei dir denn Dings aufräumen eigentlich? Alles runter und schmeißen? Einfach runterschieben! Ja, so ungefähr. Ne, Bonschenpapier in den Müll schmeißen. Oh, okay, das geht. Oh nein. Das ist ja kacke. Ja. Das ist wirklich. Komm her, du kleiner Hase. Oh, hier ist ja Lava. That's sexy. Ja, so nennt man mich. Echt? Echt? Oh, ich will doch nur einen fucking Kaktus haben. Kaktus. K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k. Wofür brauchtest du das denn? Ich will das so wie in der alten Welt machen von uns. Den ganzen See, der hier ist, damit du zu kleistern. Mit was? Mit Nix. Ja. Ich komm gleich wieder. Jetzt geht eine Aufnahme weg. Oh, ist das unprofessionell. Okay. Äh, genau Nils. Du musst probieren. Oh. Glaub ich auch. Nee, wär schon wieder da. Hohohoho. Hehehe. Äh. Äh. das dieses zaun rezept zu kompliziert sein muss ich bin aber schnell heute ja war heute nicht so gut drauf also da brauche ich immer am längsten da muss ich mich immer erst in stimmung bringen ok findet alles aber der rülpst in der aufnahme sich unprofessionell echt mal mega eklig der drückt sich noch so radian raus er wird dabei fast gestorben